Ich werde Ihnen erklären, was unsere Travertinfliesen voneinander unterscheidet, damit Sie genau den Travertin für sich finden, der am besten zu Ihnen und Ihren Gestaltungsideen passt. Hier sehen Sie vier Travertine mit getrommelten Kanten. Der helle Travertin Light, der naturnahe Travertin Medium, der rustikale Travertin Rustic und der walnussfarbene Travertin Notche. Nun im Detail zu den einzelnen Travertin-Sorten. Hier haben wir unseren hellsten Travertin. Den Travertin Light. Er hat eine einheitliche und helle Farbgebung und nur wenige Löcher. In einer Lieferung können jedoch neben fast weißen Fliesen auch andere in hellbeige vorkommen, denn jede Fliese ist ein absolutes Unikat. Mit Travertin Light lässt sich eine besondere mediterrane Atmosphäre schaffen. Passt auch als Kontrast zu einem modernen Interieur mit rustikalen Designstücken. Das Farbenspiel beim Travertin Medium reicht von hellbeige bis karamellbraun. Insgesamt wirkt er etwas dunkler als der Travertin Light und eine Spur ursprünglicher. Er hat im Unterschied zu Travertin Light mehr typische Löcher. Diese Fliesen passen ausgesprochen gut zu einer Einrichtung im Landhausstil. Der Travertin rustik ist deutlich lebhafter. Er zeigt ein breiteres Farbspektrum als Light und Medium und wirkt durch seine Quarzaderungen noch natürlicher. Größere Poren sind typisch, teilweise gehen sie durch die ganze Fliese. Passende Möbel und Deko-Elemente dazu und es entsteht eine besondere Einrichtung mit rustikalem Flair. Ein Stück unberührte Natur im Haus haben Sie auch mit dem Travertin Nocce. Er ist unser dunkelster Travertin mit einer bräunlichen Farbe in unterschiedlichen Nuancen. Was die Porendichte angeht, so kann man ihn mit dem Travertin Medium vergleichen. Die Poren können wie hier relativ klein ausfallen oder auch entsprechend größer sein. Er passt definitiv in ein naturnah gestaltetes Landhaus. Die Löcher werden in der Regel bei allen Travertinen verfügt. So entsteht eine geschlossene und pflegeleichte Bodenfläche. Neben Farben und Wohnstilen bestimmt letztendlich Ihr ganz persönlicher Geschmack, für welchen Travertin Sie sich entscheiden. Wenn Sie einen stimmigen Übergang zum Außenbereich schaffen möchten, dann gibt es zu den meisten unserer Travertine ein passendes Gegenstück für den Außenbereich. Onze Untertitelung des ZDF, 2020